Wunderbare Menschen sind unterwegs. Sie erzählen ihre Geschichte. Sie leisten Vorarbeit. Sie sind Pioniere. Ruf den Pioniere. Ein Jahr Seelenclub-Tour. Ziemlich genau vor einem Jahr haben wir angefangen in Dortmund. Über 50 Speaker und heute kommen die nächsten. Viel Spaß, wünsche ich euch bei der Seelenclub-Tour. Die Seelenclub-Tour ist ein Raum, wo alle Menschen mit ihrem authentischen Sein einen Platz haben. Ich will Mut machen, mit meiner Geschichte zu sich zu stehen. Es ist eine tolle Atmosphäre. Wirklich sehr familiär. In dein Herz zu sprechen, ist das, wofür ich hierher gekommen bin. Damit du wieder lernst, zu deinen Gefühlen zu stehen, sie zu akzeptieren, sie zu zelebrieren und sie auch zu verkörpern. Dass ich einfach den Menschen mitteilen möchte, dass es okay ist und Gefühle zu lassen. Ich freue mich so sehr, heute hier sein zu dürfen. Ich freue mich einfach, dabei zu sein. Einfach nur sich selbst sein können. Aufmerksamkeit. Untertitelung des ZDF, 2020